Bei einem Zugunfall in der Nähe Mailand sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden, bestätigte ein Sprecher der lokalen Rettungskräfte. Die staatliche italienische Zuggesellschaft gab in einem Statement bekannt, dass ein Regionalzug am Bahnhof der Ortschaft Pioltello, rund 40 Kilometer der Großstadt Mailand, entgleist sei. Genauere Informationen zu möglichen Verletzten oder Toten gab die Gesellschaft allerdings nicht bekannt. Auch die Ursache des Unfalls blieb zunächst unklar, erklärten die Rettungskräfte. Der Zug war von Cremona nach Mailand unterwegs.